Ein herzliches Grüß Gott im Innenmuseum in Rosenheim. Der folgende kurze Film wird zeigen, dass es sich auf alle Fälle lohnt, dieses interessante Museum einmal persönlich zu besuchen. Unser Museum hat ja noch einen Untertitel, nämlich Wasserbau und Schifffahrtstechnische Sammlung. Das zeigt schon, dass der Themenbereich ziemlich umfangreich ist. Aber das Wichtigste ist für uns jetzt im Moment zunächst unser Fluss, der Inn. Der Inn hat keine eigentliche Quelle. Er entspringt im Engadin aus dem Lunginer See und dieser See ist in der Höhe von 2484 Metern. Dahinter der Pitz Lungin und die ganze Gegend an sich ist besonders interessant aus dem Grund, denn es handelt sich hier um eine europäische Wasserscheide. Der Inn fließt nach Osten. Das nahe Julia-Massiv, dort entspringt die Julia, einer der Quellflüsse des Rheins und damit nach Norden. In der Nähe des Maloia-Passes kommt die Mera herunter und sie fließt in den Po, also nach Süden. Es ist eine europäische Wasserscheide und die Wasser also fließen nach drei verschiedenen Himmelsrichtungen auseinander. Der Inn kommt also aus der Schweiz, aus dem Engadin. Er durchfließt an Österreich und trifft schließlich bei uns in Bayern, in Passau auf die Donau. Dort kann man immer noch feststellen, dass er aus dem Hochgebirge kommen muss, denn dafür gibt es vier wichtige Merkmale. Zunächst ist es die Farbe. Der Inn ist trüb, denn er bekommt von den Gletschern durch die Nebenflüsse viele Steine und Sand, das nennt man das Geschiebe. Außerdem ist er sehr schnell, denn über den ganzen Weg von 517 Kilometern überwindet er einen Höhenunterschied von circa 2000 Metern. Der Inn ist auch sehr kalt durch das Gletscherwasser. In Passau das ganze Jahr über immer noch etwa vier Grad kälter als die Donau. Und das letzte Merkmal, im Sommer hat er sehr viel Wasser bei Schneeschmelze, im Winter wenig Wasser, denn der Schnee bleibt natürlich dann liegen. Also zusammenfassend noch einmal die vier Merkmale des Hochgebirgsflusses. Er ist trüb, er ist schnell, er ist kalt und der unterschiedliche Wasserstand im Winter und Sommer. Natürlich befördert so ein Fluss nicht nur Steine oder Sand, er schwemmt auch alles Mögliche mit. Vor allem nach einem Hochwasser kann man am Ufer so manches finden. Es wird auch einiges im Sand versteckt, das dann erst ausgeschwemmt ist, wie zum Beispiel Dinge aus römischer Zeit. Manches gibt er nie mehr preis. Hier zum Beispiel Silbergeschirr des Herzogs aus München, dessen Leibschiff einmal untergegangen ist und bis heute suchen die Taucher noch danach, denn nur ein einziger Teller ist gefunden worden. Die Leute glaubten früher so ein Hochgebirgsfluss, könnte auch Gold mitbringen. Man hat versucht, Gold zu waschen, aber die Ausbeute war unglaublich gering, so die Größe einer Haselnuss im Jahresdurchschnitt und es hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. In diesem Modell haben wir jetzt die Eiszeit. Wir schauen ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurück, denn es gab fünf große Eiszeiten und die letzte vor über 10.000 Jahren. Im Modell sehen wir hier die Eiszeit, dann nach der Eiszeit auf dieser Seite der heutige Zustand. Ein riesiger Gletscher hat sich aus dem Inntal herausgeschoben bis weit über das heutige Wasserburg. Der Gletscher hat natürlich viele Gesteine mitgebracht, zum Teil vor sich hergeschoben oder überrollt und zu Sand zermahlen. Auf jeden Fall alles, was am Ende des Gletschers stehen blieb, als sich die Temperatur erwärmte. Man nennt das die Endmoräne. Das hat dann wie eine Mauer gewirkt, als das Eis abschmolz und ein riesengroßer See entstand. Der See, wir nennen ihn heute den Rosenheimer See, er soll so groß gewesen sein wie der Bodensee. Aber die Endmoräne hielt irgendwann dem Druck des Wassers nicht mehr stand, der See ist ausgelaufen und langsam hat sich dann das Flussbett gebildet. Die kleinen Seen, die wir heute noch haben, wir nennen sie Toteis-Seen, zum Beispiel der Hofstetter oder der Simsee und auch die vielen Moore erinnert immer noch an die damalige Eiszeit. Hier haben wir eine schöne Gegenüberstellung der Inn früher und heute. Man sieht, wie viele Nebenarme der Inn besessen hat. Zwischen Rosenheim und Neubeuern war er manchmal bis zu zwei Kilometer breit. Ein großes Problem bildete darüber hinaus, dass der Inn nach jedem Hochwasser manchmal sein Flussbett verlegte. Außerdem war er ja immer schon in dieser Strecke der Grenzfluss zwischen Österreich und Bayern. Und beim Hochwasser hat er manchmal der einen Seite, dann wieder der anderen Seite Land weggeschwemmt. Und irgendwann hat der Herzog in München dann angeordnet, dieser Fluss muss begradigt werden. Die Begradigung dauerte insgesamt über 100 Jahre und begann 1805. Wenn wir nun diese Luftaufnahme von heute betrachten, dann sieht man schon, es ist kein natürlicher Fluss mehr. Es sieht eher aus wie ein Kanal. Es wurde dann tatsächlich ein Kanal gebaut und zwar 1922 zur Stromgewinnung, denn bis heute ist bei Mühldorf der Inn noch in seinem natürlichen Flussbett. Zur Stromgewinnung also hat man hier einen Kanal angelegt und dieser Kanal war die größte und teuerste Baustelle Europas zu damaliger Zeit. Das erste Kraftwerk zur Stromgewinnung. Heute ist es so, dass man dem Inn sehr viel Wasser entnimmt und das alte Flussbett manchmal sehr, sehr wenig Wasser bis gar keins hat im Winter. Und so fängt man jetzt an, den Inn zu renaturieren. Das heißt, man möchte wieder den ursprünglichen Zustand herstellen, was natürlich sehr, sehr aufwendig ist, sowohl finanziell als auch arbeitsmäßig. Und es gibt einen sehr, sehr guten Satz von Schopenhauer. Dieser Mann ist schon 1864 gestorben, aber der Satz hat heute noch seine Gültigkeit in Bezug auf Renaturierung. Wenn man in der Natur etwas zerstört, lässt es sich selten wieder herstellen, meist überhaupt nicht. Und Schopenhauer hat gesagt, jeder Dummkopf kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der ganzen Welt können keinen herstellen. Und das ist noch heute gültig. Der Inn wird ja heute vorwiegend zur Stromgewinnung natürlich genützt, aber dass einmal viele, viele Schiffe auf dem Innverkehr sind, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man könnte es aber ohne weiteres so ausdrücken, was früher der Inn war, ist heute die Autobahn. Denn auf dem Fluss wurden die meisten Waren herangebracht, die man benötigte. Und zwar die Schiffe wurden mit Schiffszügen flussaufwärts gezogen. Die Pferde haben die Schiffe gezogen. Das Wort Zug kommt ja von ziehen, also gegen den Fluss. Dazu brauchte man natürlich viele Seile. Der Herr Thaler, der Gründer des Museums, er hat nicht nur gesammelt, er hat sich auch um die alten Ausdrücke gekümmert. Und so sehen wir hier die verschiedenen Seiltypen und die dazugehörigen Ausdrücke. Zum Beispiel das Wurfseil, Leindl, Beiseil, Zwiesel oder Aufstrickerseil, Buysen oder Hauptseil. Und hier haben wir das gebrochene Seil. Wir würden sagen, das Seil ist gerissen. Die Schiffsleute sagten, wenn das Seil bricht, dann war das oft eine tödliche Gefahr, denn dann wurden die Schiffe ja weggeschwemmt. Noch im 17., 18. Jahrhundert sogar, konnten in Rosenheim sieben Seilereien von der Schifffahrt leben. Denn man musste nach drei Schiffszügen alle Seile erneuern, um die Sicherheit zu gewährleisten. Aber nicht nur Seile hat es gebraucht, man brauchte auch Behälter, um alle Waren zu verstauen. Und da haben wir jetzt hier die Fässer. Es wurde sehr viel Getreide flussaufwärts befördert und das Getreide immer im Sack. Aber alle anderen Waren, ganz egal was es war, im Fass. Da gibt es wieder zwei ausgestorbene Berufe, so wie der Seiler ein ausgestorbener Beruf ist, ist auch der Schäffler ein ausgestorbener Beruf. Die Schäffler, hier haben wir die Arbeitsgeräte des Schäfflers, er hat die wasserdichten Eichenfässer hergestellt. Das Wort Schäffler ist in den verschiedenen Gegenden ganz unterschiedlich. Im Norden oder am Rhein sagt man Küfer. Bei uns der Schäffler, das kommt wohl daher, weil heute noch in unserem Dialekt eine große wasserdichte Wanne als Schaffe bezeichnet wird. Die Schäffler also haben die wasserdichten Eichenfässer für Flüssigkeiten hergestellt. Dieses Fass war sicher nie wasserdicht. Es war eine Nebeneinnahme der Bauern, wenn sie im Winter eben wenig Arbeit hatten, haben manche Bauern solche einfachen Fässer hergestellt. Die Schäffler haben ihre Fässer mit Eisenringen umgeben und diese einfachen Fässer sind nur mit Weiden gebunden und so nannte man diese Bauern Binder. Manchmal gibt es heute noch einen Hofnamen beim Binder und es gibt natürlich auch verschiedene Familiennamen Binder und sie weisen auf diese Tätigkeit zurück. Jetzt haben wir Fässer und Seile. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Schiff. Wir sind hier in der Schopperstadt. Schiffsbauer hieß bei uns damals immer der Schopper. Shoppen war die wichtigste Tätigkeit des Schiffsbauers, denn mit Moos wurden die Fugen zwischen den Brettern der Schiffe abgedichtet. Und deshalb nannte man eben den Schiffsbauer Shopper. Wir haben in diesem Raum die verschiedensten Arbeitsgeräte, die zum Bau so eines Schiffes nötig waren. Wir vergessen gern, dass vom Brett angefangen bis zum fertigen Schiff alles in Handarbeit erledigt werden musste, denn es gab ja weder Maschinen noch Strom zu dieser Zeit. Hier haben wir also das sogenannte Kuchelschiff in Originalgröße. Kuchel, wie der Name schon sagt, das Küchenschiff, denn hier hatte der Koch seinen Platz. Eine mittelalterliche Reisebeschreibung, da heißt es, die frische Innschiffe waren hoch aufgekranzt. Hier der vordere Teil des Schiffes, das war der Kransen, also wieder alte Ausdrücke. Wir sagen heute Bug und Heck. Das war der Kransen und der rückwärtige Teil des Schiffes, das ist das Steuer, weil der Steuermann da oben steht. Aber nochmal zurück zum Kransen. Man hat ja die Schiffe gegen die Fließrichtung gezogen und ein flaches Schiff wäre viel, viel schwieriger zu ziehen und das haben sicher die Leute früher sehr bald bemerkt. Drum hat man die Schiffe hoch aufgebogen, damit der Widerstand weniger wird und so das Schiff leichter zu ziehen ist. Die Schiffsleute waren gläubig. Bekanntlich heißt es ja, Not lehrt beten. Und es war eine gefährliche Sache, auf so einem schnellen Fluss unterwegs zu sein. Und so hat man vor Abfahrt der Schiffe jeden Tag gebetet und dann hieß es Nahui in Gotts Namen. Und auf jedem Schiff wurde auch die Figur eines Heiligen mitgeführt. Man steckte das vorn am Schiff auf. Hier haben wir zum Beispiel den Heiligen Nepomuk. Es gab vier wichtige Heilige in der Schifffahrt. Der Nepomuk war zuständig, dass an den Brücken nichts passierte. Der Heilige Nikolaus zuständig für die Schiffsleute. Der Leonhard für die Pferde und der Erasmus für die Seile. Unsere Stadtborkirche in Rosenheim zum Beispiel ist dem Heiligen Nikolaus geweiht. Also der Hinweis wieder, wie wichtig früher der Inn für Rosenheim war. Gekocht wurde, wie man hier sieht, auf offener Flamme. Deshalb ist das Kuchelschiff auch immer das letzte im Schiffszug gewesen, um durch Funkenflug nicht die nachfolgenden Schiffe zu gefährden. Dieses Häuschen nennt man die Zurichtung. Hier war natürlich die Vorräte, die der Koch gebraucht hat, untergebracht. Aber modern ausgedrückt, könnte man auch sagen, das war gleichzeitig das Büro des Schiffszuges. Hier hatte der Schiffsschreiber seinen Platz. Er war wohl der Einzige, der lesen und schreiben konnte. Er war kein Schiffsmann. Aber er musste alles notieren, was man befördert hat und für die Verpflegung der Mannschaft und für die Mannschaft selbst eben gebraucht wurde. Die Schiffsleute waren nicht nur gläubig, sondern auch abergläubisch. Sie haben nämlich an einen bösen Inngott geglaubt. Jedes Jahr die ersten drei, die ins Wasser gefallen sind, hat man nicht gerettet, denn sie wurden dem Inngott geopfert, damit nicht noch mehr passiert auf diesem gefährlichen Fluss. Etwa ab dem 14. Jahrhundert gab es die von Pferden gezogenen Schiffszüge. Schon hunderte Jahre vorher haben Menschen jeweils ein Schiff, ein Schiff flussaufwärts gezogen. Die Eisenbahn bedeutete das endgültige Aus dieser Art der Schifffahrt. So ein Schiffszug war etwa 500 Meter lang, also einen halben Kilometer. Der Stangenreiter hatte die sehr verantwortungsvolle Aufgabe vorauszureiten und mit einer langen Messlatte die richtige Fahrrinne zu bestimmen. Ich darf daran erinnern, dass der In oft nach jedem Hochwasser sein Flussbett verlegt hat und außerdem viele Nebenarme hatte. 30 bis 35 Pferde bewältigten drei hoch beladene Hauptschiffe und alles, was noch dazu gehörte. Es war eine sehr kräftige und robuste Rasse, denn die Pferde mussten manchmal stundenlang bis zum Bauch im kalten Inwasser arbeiten. Täglich etwa sechs Stunden. Nur bei günstigen Verhältnissen schaffte man ca. 18 Kilometer am Tag. So ein Schiffszug von Wien bis Rosenheim zum Beispiel war oft sechs bis acht Wochen unterwegs. Das große Hauptschiff, die Hohenau, der Nebenbei und der Schwämmer konnten so viele Waren befördern, für die heute zehn Lkw-Mit-Anhänger nötig wären. Es gibt noch viel zu erzählen und anzuschauen im Museum. Neugierig geworden? Sobald es wieder möglich ist, würden wir uns über viele Besucher freuen, in unserem schönen Rosenheimer Innmuseum im alten Bruck-Baustadel in der Nähe der Innbrücke.